Herzlich willkommen, unser schönes eingeschaltener Solar Space City Skywands. Eine gemütliche Stunde, wartet mal wieder auf uns. Hinten geht die Sonne unter, man sieht es dort hinten, es ploppt so an die einigen oder anderen Icons auf. Beziehungsweise sind sie wieder da, wenn man dann weiter reinzoomt. Wir haben massive Stromprobleme. Bevor wir darauf eingehen, meine Familie, beziehungsweise mein bester Freund, liebevoll auch Tiger genannt, hat mir eine neue Erweiterung geschenkt für unser Projekt. Beziehungsweise ist es eigentlich eine Erweiterung oder ist es wie so ein kleines, ich weiß es nicht, ein Goodie für das Spiel. Das Ganze heißt Snowfall. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird, beziehungsweise wann uns das Ganze erwartet. Man sieht jetzt hier, wir haben jetzt einen neuen Button, den ich vorher glaube ich nicht hatte. Ich bin jetzt der Meinung, dass es dadurch auch mit dazu gekommen ist, dass wir eine Temperaturanzeige haben. Je niedriger Temperaturen sind, desto mehr Strom oder Heizenergie benötigt die Stadt. Nagelt mich auch nicht darauf fest, ob das jetzt durch dieses DLC oder beziehungsweise durch dieses Paket dazu gekommen ist. Das weiß ich nicht so genau. Ich habe nur ein bisschen mich ja durchgelesen, dass halt das mit Schnee, mit Straßen und so, das ist halt ein bisschen knuffiger und ja auch angenehmer, beziehungsweise wenn halt Winter ist, dann liegt halt Schnee, wird halt kalt und finde ich auf jeden Fall eine Riesensache. Hat mich mega darüber gefreut. Vielen Dank dafür und da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze auf unser Let's Play auswirken wird. Das Weitere, jetzt muss ich ganz kurz mir wieder den Faden zurückholen. Ja, angesprochen, wir haben massive Stromprobleme, wo ich mich jetzt hier eingeloggt habe. Wir haben einen Verbrauch von 369 und haben eine Stromerzeugung von 222. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, uns Strom anzueignen. Wir haben ein Solarkraftwerk, das Solarkraftwerk produziert in den großen Solarmodulen Strom, die in unterirdischen Stromspeichern gespeichert werden. In der Nacht verteilt das Solarkraftwerk den gespeicherten Strom und trägt zu selbst Nacht zu Stromproduktion bei. Dann haben wir ein Geothermiekraftwerk. Das Geothermiekraftwerk nutzt die Wärme im Erdinneren und die Stadt ohne Verschmutzung mit Elektrizität zu versorgen. Wir haben 80 Megawatt, die da produziert werden und da sind es 112 bis 160 und wir haben gerade noch einen Stufenaufstieg. Walnuss, Landwirtschaftsgebiet hat Stufe 2 erreicht, Gebietsbohneeffizienz 2%, Verschmutzung minus 5%. Die folgenden Böde wurden freigestalten. Getreidemühle, Bäckerei, Landarbeiter, Unterkunft, Viehstall und kleine Scheune. Und als letztes haben wir den Aufwind-Solar-Turm. Dieser Kraftwerk wird durch Sonnenwärme betrieben. Aufsteigende Warmluft versetzt die elektrizitätserzeugenden Rotorblätter in Bewegung. Dank der großen elektrizitätsspeichenden Batterien im Gebäude kann das Gebäude auch nachts betrieben werden. Ausgangsleistung 240. Das ist natürlich schon massiv, das ist aber auch groß. Kostet uns das Ganze 90.000. Bei den Geothermie 65.000. Da haben wir nur 80, das ist eigentlich schon, wie viel Lärm? 50 Lärm. 50 Lärm. Und Solarkraftwerk 25 Lärm. Ich würde ja ganz gerne mal so ein Mix aus Solar- und Aufwind-Solar-Turm ausprobieren, die mir aufstellen. Ich glaube, da kriegt man eigentlich einen ganz guten Energieschub. Das ist halt nur die Sache, wenn man jetzt einmal drüber schaut. Wir haben... Wo ist denn unsere Stromerzeugung? Wir haben hier drüben die Windkrafträder, beziehungsweise die für unser Wasser... Wie heißen die guten noch mal? Fortschrittliche Windturbine. Und... Das war's, glaube ich, ne? Doch, hier haben wir noch was. Hier haben wir... Kann ich da einmal wegklicken. Hier haben wir zwei Kohlekraftwerke. Die würde ich ganz gerne abreißen, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Was haben wir da für einen Button? Müllberge. Okay, also man sieht, wir haben massiv Probleme, auf die wir uns kümmern sollten müssen. Aber, ähm... Ich werde mich primär erstmal mit dem Strom kümmern. Werde jetzt mir diese beiden hinsetzen, denn wir haben 891.000. Ich meine, das ist einiges. Wenn wir jetzt mal 150.000 dafür ausgeben, dann soll das so sein. Und diese Kohlekraftwerke reißen wir ab. Und dann gucken wir mal. Ich habe viel überlegt. Ihr habt auch einiges in den Kommentaren reingeschrieben, was man verändern könnte. Und ich werde es so machen. Vielleicht dauert es die ein oder andere Folge dann auch ein bisschen länger. Endlich wird wieder bei Recycled. Ja, genau. Das ist auch so eine Sache. Aber ich werde versuchen, die Straßenführung komplett neu zu bauen. Vielleicht wird dann noch das ein oder andere Viertel ein bisschen minimiert, noch mal umgeändert. Aber ich möchte versuchen, das gemütlich mit euch irgendwie hinzukriegen, dass wir die Straßenführung so hinkriegen, dass alles ein bisschen besser wird. Ich habe ein bisschen Inspiration geholt, habe auch ein bisschen ausprobiert. Ein eigenes Projekt, wo ich momentan so offline oder nicht im Let's Play spiele, privaten Spielstand mich ein bisschen austesten, was Flughäfen angeht. Aber da bin ich halt noch nicht so wirklich weit gekommen. Ich probiere mich da momentan ein bisschen mit der Straßenführung aus. Deswegen werden wir da unseren Hauptaugenmerk drauflegen. Als erstes jetzt werden wir uns erst mal um die Stromerzeugung kümmern. Das heißt, wir setzen uns jetzt einen Aufwind-Solar-Turm hin. Den würde ich mir, Lärm 50, den würde ich mir eigentlich ganz gerne erst mal hier drüben irgendwie hinsetzen. Warte mal, den können wir doch Aufwind-Solar-Turm. Das sieht ja bestimmt richtig lustig aus. Wenn wir uns den hier so hinsetzen. Kostet doch jetzt. Ich gucke lieber noch mal, dass ich richtig den Preis sehe. 90.000, okay, perfekt. So hin. Dann schon mal die Stromleitung. Okay, das passt. Das müsste eigentlich dann... Gut, das wird natürlich dauern. Ein Kraftwerk, das durch Sonnenhitze Elektrizität erzeugt. Dank Energie speichert. Batterie agiert erst unabhängig von Tag- und Nachtzügen. Sonnenintensität 0%. Ja, das ist natürlich klar. Wir haben jetzt natürlich kaum Stromerzeugung dadurch. Dass es jetzt gerade nachts ist. Das heißt, ich werde jetzt aber mal... Wir haben doch eigentlich Strom jetzt genug. Ach nee, Stromverbrauch, Stromerzeugung. Habe ich irgendwo eine Leitung gekappt aus Versehen, bevor ich hier angefangen habe? Das sieht doch hier eigentlich alles recht gut aus. Verstehe ich nicht, warum. Muss wahrscheinlich ein bisschen anlaufen. Ich werde erst mal so noch solche Turbinen ins Wasser setzen. Windturbinen. Dass wir da noch kurz ein bisschen gegensteuern. So. Jetzt gucken wir mal. Weil ansonsten ziehen die uns alle hier langsam aus. Die werden schon alle richtig mutzig. Warum habt ihr denn hier überhaupt keinen Strom? Nicht genug Strom. Wird es vielleicht separat Strom beliefert? Ne, das kann ja... Ach, Moment. Ich bin ja auch... Ja, okay. Weil wir haben... Hier wird der Strom gebündelt. Und hier ist ja gar keine Verbindung. Herzlichen Glück, Strumpf. Ziehen wir mal eben eine Stromleitung hier rüber. So, jetzt müsste eigentlich das Problem dann hoffentlich gelöst werden. Sieht schon... Anders aus. So, Strom. Strom läuft perfekt. Funktioniert. Okay. Jetzt haben wir hier... Haben sie überall eingebrochen. Dadurch, dass der Strom ausgefallen ist wahrscheinlich. So, als nächstes... Wäre dann... Wir haben jetzt einen Überschuss von... Sagen wir mal... Roundabout 200. Die erzeugen 40. Und werden natürlich... Was Verschmutzung angeht... Ne, das war Müll. Moment, Verschmutzung. Hier. Ja, einiges erzeugen. Das heißt, ich reiße die mal ab. So. Sie werden dieses Gebäude abreißen. Ja. Zwei. So. Dann wird hier hoffentlich der Verschmutzungsgrad dann ein bisschen weniger. Mit der Zeit vielleicht. Man weiß es nicht. Die Stromleitung lasse ich hier mal rüber. Danke für den tollen Urlaub. Na ja, okay. Sieht halt noch ein bisschen wild hier aus. Okay. Stromerzeugung ist jetzt vorhanden. Ich hoffe, die Einbrecherrate wird dann auch langsam wieder sinken. Jetzt muss ich nur gucken, dass dann auch ein bisschen hell wird, damit man sich ein bisschen einen kleinen Überblick verschaffen kann. Und die Frage ist natürlich, wo fängt man am besten an? Wo arbeitet man sich durch? Wo haben wir jetzt die massivsten Probleme? Das ist einmal hier die Straße. Hier drüben der Kreisverkehr. Ich glaube, ich werde mich da erst mal dran probieren, dass wir da eine Lösung finden. Ist halt die Sache, da haben wir lange dran rumgetüftelt. Und hier ist ja, glaube ich, dann auch das Gewerbegebiet. Genau. Der Kreisverkehr hier hinten hat man noch so ein kleines Problemchen. Da könnte man eventuell eine Verbesserung durchführen. Wobei, hier haben wir auch einen Friedhof. Das weiß ich gar nicht, ob das dann möglich ist, wenn ich jetzt hier eine vierspurige hinsetze. Nein. Das heißt, ich müsste vielleicht den Friedhof abreißen. Sechsspuren möchte ich nicht haben. Vielleicht so mit Bäumen. Das war die Frage. Ich glaube, ich werde den Friedhof, das Krematorium hier abreißen. Hier noch einmal so eine vierspurige, vielleicht mit Bäumchen hinsetzen. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich drücke mal Pause. So, so. Könnte ich das abreißen. Das Gebäude ist nicht leer. Wie makaber. Ja, das war natürlich... Doch, das passt. Okay. So, jetzt gucken wir mal eben. Hier möchte ich ganz gerne eine vierspurige Straße mit so Bäumchen anführen. Wie funktioniert das? Ach so, ja toll. Das ist natürlich... Kann ich das verschieben? Leerung stoppen. Gebäude verschieben. Wieso geht das nicht? Da steht... Oh, da steht Gebäude verschieben, aber ich kann es nicht verschieben. Na gut. Dann werde ich mal... Das ist ja doof. Jetzt habe ich natürlich noch mehr Verkehr geschaffen dadurch. Dieses Gebäude ist auf die Entleerung seines Inhalts eingestellt und deshalb nicht im Betrieb. Wird es dann geleert? Das sieht mir danach nicht aus, ne? Weil da vorne ja der Anschluss fehlt. Ja, das ist natürlich toll. Okay, da wird es ja erstmal geleert. Hoffentlich. Und wenn diese Frito Flair ist, werden wir hier dann diesen abreißen. Warum ich den noch nicht verschieben kann, verstehe ich auch nicht. Und dann kümmern wir uns darum. Das heißt, hier kann ich das auch vergessen. Hier kann ich momentan auch nichts machen. Hat das super funktioniert. Okay. Dort haben wir, glaube ich, eine sechsspurige Straße. Ist das richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und das Problem ist hier. Und staut... Fühlt hier drüben dann weiter. Okay. Das heißt, hier könnte man vielleicht versuchen, eine vierspurige zu machen. Hier eine vierspurige. Hier drüben vielleicht auch. Wobei, was ist hier? Hier warten eigentlich... Hier wartet der Bus und die Müllabfuhr. Okay, kommen wir mal aus. Kann natürlich sein, dass das Gewerbegebiet dadurch ein bisschen verkleinert wird. Aber das können wir dann früher oder später auch noch umbauen. Das ist jetzt vierspurig. Mit dekorativen Bäumen. Das bräuchte man eigentlich hier nicht. Vierspurige Straße. Ich gucke mal eben, ob das jetzt so funktioniert. Und das hapert. Und es ist bereits belegt. Entfernung zu Gering. Kann ich das hier... Kann ich den Park versetzen? Den Park kann ich versetzen. Das ist schon mal schön. Ich setze den erst mal hier hin. So. Jetzt habe ich hier das Postamt. Kann ich das versetzen? Gebäude verschieben. Ja, perfekt. Setzen wir da rüber. Und jetzt möchte ich ganz gerne die Straßen verbessern. Und zwar dieses und dieses. So. Diese möchte ich auch verbessern. Diese. Okay. So, jetzt haben wir hier eine vierspurige. Der Verkehr fließt jetzt da lang. Hier staut es sich noch. Hier könnte man vielleicht auch noch was machen, wenn das funktioniert. Ne, kann man nicht. Warum kann man nicht? Hier wird halt alles komplett abgerissen dann. Ich glaube, hier muss ich sowieso erstmal auch verbessern. Ne, kann nur sein. Ja. Der Ort ist bereits belegt. Hier ist irgendwas, was ich nicht... Das ist dieses. Edel Boutique. Boutique. Hier kann ich nicht verbessern. Das kriegen wir schon hin. Ansonsten reiße ich das hier ab. So, was haben wir hier? Das reißen wir auch ab. Und. Hä? Hä? Moment. So. Keine Ahnung. Verbessern will ich ja nicht. Ich möchte jetzt hier einfach langführen. So. Und. Hier mach mal. Äh. Ja, das ist die Frage. Muss ich jetzt mal ausprobieren, ob das überhaupt so. Sinn ergibt. Die Entfernung ist zu gering. Okay. Jetzt geht's basteln wieder los. Was machen die eigentlich da drüben? Wo fahren die jetzt hin? Das sieht ja toll aus. Vielleicht soll ich das hier einfach auf eine vierspurige Einbahnstraße anders machen. Moment. Geht das vierspurig? Hier. Machen wir hier so mit, mit Bäumchen in das vierspurige. Ne, das ist doch nicht vierspurig. Wow. Ähm. Dieses. Oder? Sechsspurig. Ich würde eine vierspurige, sechsspurige Einbahnstraße. Ich möchte einfach eine vierspurige Einbahnstraße haben. Wieso funktioniert das nicht? Äh. Zweispurig. Okay, dann muss ich das wohl von sechs... Ne, das kann ja nicht sein. Dekoratives Gras. Vierspurige Straße mit dekorativen Gras. Die Straße soll doch nur darunter führen. Warum? Neues Gebäude. Ja, das hat man ja schon. Vergessen Sie nicht das neue Gebäude. Straßenmeisterei. Wenn Sie nicht im Einsatz sind, parken Straßeninstandhaltungsfahrzeuge in Straßenmeisterei. Die Straßeninstandsetzung verbessert Straßen auf großartigen Zustand, damit dort schneller gefahren werden kann. So, mittlere Straße. Wir kriegen das schon hin. Ich möchte, dass das hier nur in eine Richtung geht. Okay. Nee, das funktioniert nicht. Ich brauche ja nicht von sechsspurig auf zweispurig gehen. Das würde jetzt das komplette Chaos werden. Sechsspurige Einbahnstraße. Kann ich vielleicht die Straßenführung später noch ändern? Vierspurige Straße. Ist sowas möglich? Gucken wir mal, wenn ich jetzt hier sage, kann man da irgendwas ändern? Vorfahrtstraße. Nee, da kann ich gar nichts ändern. Das kann ja... Vielleicht übersehe ich auch irgendwas, aber ich kann ja nicht von sechsspurig auf zweispurig gehen. Zweispurige Einbahnstraße mit Bäumen. Ich probiere das mal aus. Keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich jetzt übelst das Chaos geben. So, schauen wir mal. Momentan geht es noch. Also entweder übersehe ich die vierspurige Einbahnstraße. So, jetzt kommt er natürlich aus der Stadt nicht mehr raus. Da müssen wir natürlich was tun. Das heißt, ich würde jetzt hier ganz gerne... Gucken, dass ich hier irgendwie sprichwörtlich die Kurve hin kriege. Das ist mal ein Akt für sich hier. Das sieht aber... Puh, wie gewollt denn ich konnte aus? Wir machen das mal anders. Häusern sie aber nochmal ab. So. Sechsspurige Einbahnstraße. Dieses... Ach, ich brauche erstmal eine Gerade. So. Dann die leichte Kurve rein. So. Und jetzt die Gerade dorthin. So. Und jetzt muss ich mal gucken. Bisher erster Eindruck. Hier staut sich's. Hier brauche ich nicht. Hier kann ich eine Einbahnstraße draus machen. Dann reiße ich das hier ab. Hier machen wir einfach eine Einbahnstraße draus. Ach, eine Einbahnstraße. Ja genau. Eine sechsspurige Einbahnstraße. Natürlich. Ich sehe halt jetzt überhaupt nichts mehr. Das ist wieder richtig toll. So. Okay. Dann kümmern wir uns mal ganz kurz hier um das Gewerbegebiet. Da werden wir diesen Bereich hier noch ausfüllen. Dann haben wir hier das Gewerbegebiet. Aber ansonsten Bedürfnis liegt der jetzt auch nicht so hoch. Würde ich erstmal lassen. Dann gucken wir mal. Hier haben wir halt noch. Da oben staut sich's. Da muss ich auch so machen. Das ist die falsche Straße. Die hier abreißen. So. Dieses. Ich bin überlegen, ob wir hier irgendwie einen Kreisverkehr reinsetzen. Und das Gewerbegebiet einfach ein bisschen versetzt. Das würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen vereinfachen. Was ist hier los? Ach, hier war der Bus. Okay. Oder hier einen Kreisverkehr. Gucken wir mal. Weil das wird sich jetzt. Das staut sich jetzt hier drüben. Okay. Wenn ich hier mir einen Kreisverkehr reinsetze. Wo finde ich euch dann? Hier. Da haben wir einen großen Kreisverkehr. Wir haben einen kleinen Kreisverkehr. Wir haben eine Kleeplattkreuzung. Ein kleiner. So. Da würde ich jetzt hier diesen Bereich ausfüllen. Das Problem ist, wenn ich hier einen kleinen Kreisverkehr hinsetze. Unser Twi-Luft-Ballon fährt da rum. Wie kriegt man das am besten hin? Hier einen Kreisverkehr. Wäre eigentlich schon sinnvoll. Wie sieht es eigentlich hier unten mit unserem Friedhof aus? Ja, okay. Geht voran. Ich glaube, ich würde das Gewerbegebiet da komplett wegnehmen. Was habe ich daneben? Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Das sind Wohngebiete. Wir hier einen Kreisverkehr reinsetzen. Wenn ich das jetzt hier ausbaue auf... Können Sie mal eben ausprobieren. So. Vierspurig. Vielleicht bringt das hier was. Können wir hier noch Gewerbegebiet. Da drüben warten Sie jetzt. Hier haben wir... Vielleicht hier noch rüberführen. Würde das funktionieren? Und das würde ich hier auch noch mal verbessern. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich das nicht verbessern? Oh, das ist bereits belegt. Mal geht's, mal nicht. Sieht schon sehr wild aus, was hier passiert ist. Bin ich ehrlich. So. Den würde ich hier vielleicht die Straße wegnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Espenhügel hat Stufe 3 erreicht. Folgende Gebäude wurden freigeschalten. Pavillon 1, Pavillon 2. Ja, super. Momentan die Sachen... Um die man sich nicht so kümmert. Okay, da unten staut sich's jetzt. Ich glaube, ich würde das Gewerbegebiet nochmal komplett neu hinsetzen. Und mir hier einen Kreisverkehr reinsetzen. So einen großen Kreisverkehr. Der dann einfach mal dort hochführt. Und wir gucken einfach mal, wie ist das Ganze... Nee, der ist mir zu groß. Hier so... Irgendwie... Weil das sieht zwar schon besser aus hier. Aber wobei... Moment. Das geht eigentlich, ne? Vielleicht könnten wir hier... Vielleicht könnten wir hier... ...das noch verbessern. Ja, ich lasse das mal hier. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass ich das Gewerbegebiet noch ein bisschen wieder anpasse. Das ist nachdem das ja so katastrophal jetzt hier... ...gekappt wurde. Das machen wir hier auch Gewerbegebiet. Das Wohngebiet können wir hier lassen. Das sieht dann halt erstmal ein bisschen was anderes. Wenn das so dazwischen ist. Okay. Hier das auch. So. Okay, wie sieht's mit dem Friedhof aus? Weil da möchte ich ganz gerne... ...auch mal weitermachen. Ist auch noch nicht fertig. Okay. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier... ...wird das ein bisschen gesplittert, beziehungsweise dann von 6 auf 2-spurig. Ich kann noch mal gucken, aber... ...so wird nicht 3-spurig. Kleine Industriestraße. Es gibt bestimmt irgendwie 4-spurige Straßen mit dekorativen... ...eine 4-spurige Straßen mit dekorativen Bäumen. Fringe die Lärmbelästigung. Breite Allee mit Gras. Breite Allee mit Busfahrspuren. Ist ja auch cool. Monorail-Gleise auf 4-spuriger Straße. Ne. Vielleicht gibt es auch irgendwelche... ...möglichkeiten normalerweise, dass man das individuell machen kann. Dann hier Kreuzung, Routen... ...Straße... ...ausgewählte Straße. Wie ist denn das? Kann man das hier... ...Kreuzung, Ampel, Routen... ...ne? Okay. Ja, vielleicht übersehe ich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ist auf jeden Fall jetzt... ...es sieht schon mal angenehmer aus, was das angeht. ...bisher, auch wenn da sich noch ein bisschen der Verkehr hier staut. Da ist halt doof. Das ist... ...ich hätte halt gerne eine vierspurige Einbahnstraße. Bin ich ehrlich. Aber wenn ich jetzt hier eine Straße... ...ich probiere das mal spaßeshalber. Wenn ich jetzt mir eine vierspurige Straße hier hinsetze... ...so kann ich dann sagen... ...Boulevard... ...Folgen, Verkehrsroutenansicht... ...kann ich dann sagen, dass es alles eine Einbahnstraße ist? Fußgänger, Privatfahrzeuge, öffentliche... ...ne. Okay. Weiß nicht, bin ich momentan ein bisschen überfragt, würde ich sagen. Okay. So, next one. Oh Gott, wenn ich jetzt hier noch alles sehe, was hier passiert ist. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt bei einer guten knappen halben Stunde. Ich wurschle hier rum und gefühlt habe ich noch nicht wirklich viel erreicht. Aber ich habe ja auch ein bisschen vorher angeteasert... ...dass das ein paar Folgen dauern kann. Dass das hier vielleicht nicht final ist, kann auch gut möglich sein. Aber ich glaube, so sieht es für mich, fürs Erste, für den Blick... ...sieht es schon mal von Verkehr her flüssiger aus, auf jeden Fall. Und jetzt müsste man sich dann halt mal an das Problem wagen, sich hier irgendwie zu versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Was ist denn hier los eigentlich? Alles voller mit Drogerien. Okay. So, es staut sich halt der Verkehr, der drüben von der einen Autobahn will, der hier rüberkommt. Und hier haben wir einen extremen Verkehrsstau. Auch hier drüben ist Stau ohne Ende. Wo fängt man da jetzt am besten an, ne? Die fahren da rauf. Puh, das ist echt eine Mammutsaufgabe, wie man so schön sagt, denke ich mal. Was ist da hinten aufgeploppt? Oh nein, ein Gebäude steht in Flammen. Was? Seegemehl-Lager. Sorgen Sie dafür, dass die Feuerwehr das Gebiet gut erreichen kann. Oh, oh. Seegemehl-Lager. Moment, Moment. Hier ist auch eine Feuerwehr in der Nähe. Sind schon am löschen. Puh, Glück gehabt. Okay. Ich habe immer noch den Gedanken mit dem Kreisverkehr, wie ich ihn da habe, dass ich mir den da unten auch hinsetze. Aber ich versuche jetzt mal jetzt hier irgendwie eine Möglichkeit zu finden. Was wäre dann, wenn wir hier auch mit dem Kreisverkehr arbeiten würden? Wenn wir uns zum Beispiel hier so einen kleinen Kreisverkehr bauen. Ist jetzt die Frage, ne? Da kommt gerade der Zug, da wird dann sowieso alles ein bisschen aufgehalten. Wenn ich mir den dort in die Mitte hinsetze. Ich muss es einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt jetzt hier. Wenn ich mich da die ganze Zeit überlege, bringt mir das sowieso auch nichts. Ich werde mal... Die Kleeplattegröße sieht halt auch cool aus, ne? Aber die ist halt riesengroß. Da mache ich mir dann wahrscheinlich die Gleise kaputt. So, gucken wir mal. Ich muss da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr abreißen. Ich schaffe mir erst mal ein bisschen Platz. Okay, okay, okay. Zu groß. Das würde funktionieren. Wenn ich mir jetzt den Kreisverkehr erst mal hier hinsetze. Dann kommen die da rauf. Das muss ich auch irgendwie ändern hier. Aber die fahren hier rauf und das staut sich extrem. Die wollen ja eigentlich... Wir gucken mal eben. Wo wollen die dann hin? Der Erz-Lkw. Man sieht doch die Route normalerweise. Okay, jetzt habe ich es abgebrochen. Wahrscheinlich sieht man dann die Routen nicht mehr, ne? Ich mache das mal anders. Ich baue mir mal eben kurz random Straßen hin. Damit ich mal sehe, wie... ...das Routen technisch aussieht. Wenn die denn kommen sollten. Das werden natürlich erst mal verschwinden. Ach so, ich sollte gleich da drüben auch mal eine Straße hinsetzen. So. Und da einfach mal pauschal auch eine Straße rüber. So, jetzt geht der... ...verkehr hier weiter. Alles klar. So, die enden erst mal alle. Wir spulen mal ein bisschen vor. Und dann gucken wir mal, wenn jetzt irgendwelche kommen. Damit man dann nochmal die gewisse Route da sieht. Okay, jetzt haben wir die Route da. Der Lkw, der hier rauf fährt, will einmal hier lang, hier oben hin. Und fährt komplett hoch zu unserer Erzindustrie. Alles klar. Das heißt doch auch, wenn die jetzt da hoch wollen... Die wollen alle da hoch wahrscheinlich, ne? Ihr wollt... Wo willst du hin? Der Bus fährt wieder zurück. Das ist ein blödes Beispiel. Leichenwagen. Die wollen alle zur Ölindustrie. Okay. Heißt folgendes. Die fahren jetzt hier, das ist schon mal super. Und fahren hoch die Schnellstraße hoch. Ich werde mich hier... Achso, wie ist denn das eigentlich? Na, gucken wir mal. Wir wählen das mal aus. Ich reiß das jetzt mal hier ab. Und versuch das mal in schön. Jetzt habe ich natürlich die Auffahrt abgerissen. Natürlich auch... Herzlichen Glückstrumpf. Ich führe mal die Straße hier so hin. So, dann machen wir hier einen Bogen rein. Oder ist das sinnvoll? Ne, ich will eventuell von da noch runter. Ist das hier eigentlich eine Einbahnstraße von uns? Sechsspurige Einbahnstraße. Ja, okay. Dann bringt das ja sowieso nichts, wenn ich das jetzt hier mache. Da haben wir eine Einbahnstraße. Wo kommen die dann eigentlich, die runterfahren? Wo fahren die dann lang? Die fahren hier. Hier außen lang. Okay, wir werden erst mal die Einbahnstraße jetzt zu finalisieren. Denn ich bin schon wieder hier ein bisschen im Sprachfasching. Das heißt, zweispurige Einbahnstraße. Möchte ich ganz gerne hier haben. Die soll aber, die soll eventuell noch eine Kreuzung hinführen. Gucken wir mal. Die fahren dann da runter. Fahren hier ab, fahren da rauf. Dieses, hier möchte ich gerne die Autobahnen auffahren. Möchte ich irgendwie ein bisschen vergrößern, beziehungsweise länger machen. Wo habe ich denn hier Autobahnen auffahrten? Habe ich da auch irgendwo gesehen? Autobahn, Abfahrt. So. Stimmt, hier ist die Brücke. Das wäre ein bisschen ungünstig. Wenn ich mir jetzt hier so eine Abzweigung reinsetze. Und die mache ich dann auf zweispurig. Also man kann die ja noch ein bisschen länger führen. Äh. Blöds. Das ist doch ein bisschen doof gemacht hier. Vorsichtig. Okay, funktioniert nicht. Hier ist irgendwie ein bisschen uneben, kann das sein. Okay, ähm. Reißen wir es nochmal ab. Zwei Wege Autobahnen möchte ich nicht. Die Idee fand ich eigentlich schon gar nicht mehr so schlecht, dass wir hier ein bisschen rausfahren. Aber halt mit so einem Bogen hätte ich das ganz gerne. So. Mache ich mal den Bogen ein bisschen größer. Und dann würde ich aber ganz gerne dann auf zwei Spuren gehen. Vielleicht noch so eine kleine Kurve ein bisschen drin. Ich sage eine kleine Kurve, mach eine gerade. Dann wäre das natürlich auch nicht schlecht. Ähm. Warum machst du mir hier keine Kurve rein? Das Gebiet ist nicht so dafür geeignet, habe ich so das Gefühl hier. So. Kann ich dich hier verschieben? Nee, den LKW möchte ich nicht verschieben. Gebäude verschieben. Das möchte ich ganz gerne eigentlich... Äh. Hier ansetzen. Warum gehen das nicht? Weil das eine Einbahnstraße ist, oder was? Kann ich ein bisschen drehen? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Hä? Wenn ich hoch und runter gehe... Ah, hier. Geht's Häuschen hoch und runter. Okay, dann haben wir dieses. Fahren jetzt hier rauf. Das ist doch aber nur eine Spur, hoffe ich doch mal, ne? Oder? Gehe ich mal von aus. Und dann sollen die hier eine Kurve fahren und sollen hier mit rauf fahren. Wenn das funktioniert. Hier eine Gerade. Zack. So, jetzt werde ich wieder Stromprobleme wahrscheinlich irgendwo haben. Genau hier. Das heißt... Ich setze dieses hin. Warum haben die jetzt keinen... Die Straße, keinen Anschluss. Was ist denn das? Gucken wir mal. So, lassen wir mal eben laufen. Was ist jetzt da das Problem? Nicht genügend Wasser? Ne, das kann es nicht sein. Das denke ich nicht. Ich habe hier irgendwie... Ein Problemchen. So. Zweispurige Einbahnstraße. Okay. Das führt da hin. Die führt da runter. Habe ich die falsch rum gesetzt? Komm ich rein. Das verstehe ich nicht. Da gibt es wohl ein Problem. Ach, falsch rum gesetzt. Moment. Bitte warten Sie. Kann ich die jetzt irgendwie drehen? Wie kann ich denn hier... Wie kann ich denn im Spiel drehen? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Ah, hier. Wie habe ich jetzt gedreht? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ach doch, so. Äh, das ist mein ganzer Plan durcheinander. Okay. Ah, wir kriegen das schon hin. Also, in der Ruhe liegt die Kraft. So. Und dann... Hier haben wir noch ein kurviges rein. So. Haben wir jetzt hier eine zweispurige Einbahnstraße. Hier staut sich's schon. Okay. Also, das ist das nächste Problem. Hier wird wahrscheinlich jetzt... Hier fehlt jetzt der Strom. Hier fahren Sie jetzt langsam perp runter. Was ist denn hier drüben für ein... Stau... Forstwirtschaftswagen. Die kommen von hier und fahren da runter, um da rauf zu fahren. Okay. Also, ich glaube, mit dieser zweispurigen Einbahnstraße wäre ich nicht glücklich hier. Dann wollen wir ihn verbessern. So. Gott. Komplettes Chaos hier. So, jetzt haben wir dieses. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die, die von hier oben runterkommen... Ähm... Okay, vielleicht sollten wir uns erstmal um den Anschluss hier kümmern. Das sieht hier auch sehr speziell aus. Ist es denn die richtige Richtung jetzt überhaupt? Nee, wow. So. So, jetzt fahren die da runter, fahren auf den Kreisverkehr. Dann haben wir das Problem, dass sie jetzt da stehen. Alles klar, das ist natürlich jetzt... Weil die alle da runter müssen. Die stehen aber... Durch unser Büro... Nee. Hier wird extrem lange gehalten, wegen... Wegen was denn überhaupt? Hier? Okay, da gibt es den Stau. Sollten wir mal gucken, dass wir den ganzen Verkehr, der hier lang fließt, eventuell woanders lang gleiten. Wie wäre es dann? Ich glaube, das hattet ihr auch mal in den Kommentaren geschrieben. Wenn man diesen Verkehr, der hier lang fließt, die auf die Autobahn wollen... Wo will jetzt der LKW, wo will der denn zum Beispiel hin? Der will jetzt hier rauf und auf diese Autobahn fahren. Kann ich denn über Wasser mir eine Autobahn hinsetzen? Die dann da drüben anschließt. Ich bin schon bei 51 Minuten. Ich bin ja noch so im Modus drin. Geht das denn? Hier ist eine Brücke, okay. Muss ich dann über die rüber? Weil am liebsten wäre es mir ja, wenn die ganzen LKWs, die hier lang fahren... Wenn ich halt das hier ein bisschen umbauen muss... Statt hier lang zu fahren... Einmal komplett hier außen lang fahren... Und dann irgendwie hiervon eine Möglichkeit haben, eventuell auf die Autobahnen aufzuschließen. Aber das wird ja nicht funktionieren. Das ist ja... Wenn ich das jetzt über Wasser setze... Dass dieses Industriegebiet hier... Wir müssen mal ganz kurz gucken. Haben wir ja irgendwie ein LKW, die hier lang kommen? Die von hier hinten kommen? Eine ganz andere Route wählen. Da sind die Gleise. Komme ich denn überhaupt mit... Da kommt man sogar lang. Okay. Okay, okay, okay. 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 Kann ich dann hier anbauen? Nee, das würde wahrscheinlich nicht gehen, oder? Ich mache jetzt mal spaßeshalber. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe... Upsi. Äh. Jetzt habe ich meinen... Ort bereits belegt. Jetzt muss man wieder genau auf den Punkt wahrscheinlich setzen, ne? Okay, das ist zu hoch. Das ist zu niedrig. Das ist schwierig. Moment. Das hatte ich schon mal das Problem. Kann ich dann... Hier könnte ich hin. Das ist zu tief. Das würde doch nichts werden. Das würde jetzt endet doch komplett im Chaos. Wenn ich jetzt hier unten lang fahre... Hier mir einen Bogen... ...reinsetze... ...und bereits belegt... Ich muss wahrscheinlich noch ein Stück runter... Das mag ich aber... ...man muss ja genau auf diesen... ...hmmm... Wie mache ich denn das jetzt? Panik? Kriegen wir das schon? Ne, jetzt bin ich ja unterirdisch. Boah, das ist aber auch ein Akt für sich dann hier... ...wenn man genau da drauf will. Warum funktioniert das nicht so, wie ich das möchte? Aha. Könnte ich dann theoretisch... ...jetzt da hochfahren. Ja, ne, das ist... Hehehe. Jetzt vorsichtig, bitte nicht die eine Brücke abreißen. Das ist jetzt nur zum Ausprobieren. So, und jetzt nach oben. Wird nicht funktionieren, weil da sind ja die Träger auch von der Brücke. Könnte ich dann eventuell... ...hier könnte man rauf. Puh, das ist ja auch ein schnellen Weg. Die Frage ist ja dann, ob die den überhaupt wählen, dass sie da langfahren. Würde das dann Sinn machen? Würde es Sinn ergeben... ...sagen wir mal, hier einen Weg lang zu... Ne, warte mal, das bringt ja nichts. ...und hier einen Weg lang zu führen. Der hat jetzt nur mal so weitergedacht. So, jetzt haben wir nichts Problem mit den Gleisen, kann das sein. Ne, ich komme da nicht lang. Oder? Das wäre jetzt hier... ...eine Alternative. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Das ist natürlich jetzt nicht der fertige Bau, das ist natürlich ganz klar. ...wenn das jetzt hier abgerissen wird. Guck mal, die stehen jetzt noch hier, die müssen ja sowieso da runter. Die ersten fahren da rauf. Die biegen ab. Man sieht halt nicht viel, ne. Es regnet und... ...man weiß es nicht so genau. Ich werde das mal hier, diese Straße abreißen. So. Ich bin zwar jetzt ein bisschen rabiat, was das angeht, aber ich will mal ein bisschen irgendwie das Ganze ausprobieren. Normalerweise müsste es doch jetzt eigentlich der Weg eines LKW-Fahrers sein. Öl-LKW. Er fährt jetzt hier runter, da lang. Okay, der weiß wieder die Strecke nicht, bei dem hat sich gerade die Route geändert. Öl-LKW, der fährt da drauf, da hin. Ich brauche jetzt jemanden, der auf die andere Spur fahren möchte. Wie finde ich denn das raus? Sieht aber gut aus, ne, oder? Müsste man halt noch ein bisschen irgendwie einen schönen bauen. Aber es sind auf jeden Fall die ersten LKWs, die die Route nutzen. Und ich müsste normalerweise diejenigen zwingen, dort lang zu fahren. Indem man... Hat der Blitz eingeschlagen oder was ist passiert? Der Strom ist doch da. Äh. Habe ich jetzt irgendwo was gekappt, was nicht hätte sein sollen? Ich glaube, irgendwo hat der Blitz eingeschlagen. Der Strom ist genug da. Ach, hier. Moment, hier ist eine Verbindung. Oha. Habe ich noch nie gehabt, was denn da passiert? Äh. Hat's... Krass. Da hat's genau die eine Leitung erwischt. So, okay. Also, nochmal weiter gedacht. Wo will der jetzt hin? Er fährt jetzt hier runter, fährt da rauf und fährt auf die Autobahn. Okay. Und die Autobahn, die auf die andere Spur führt... Wo kommt ihr eigentlich her? So, das sieht man nicht mehr komplett. Diese Spur ist jetzt schon leerer geworden. Oder kommt mir das so vor? Ja. Wo wollt ihr hin? Äh. Du willst da rauf und dorthin fahren. Okay. Das heißt, wir nehmen schon mal teilweise ein... Einige an LKWs dort weg, die jetzt da hinfahren. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal ein erster Schritt. Auch wenn es jetzt natürlich noch nicht das Nonplusultra ist und man eventuell... Ich find's... Ähm... Es sieht... Es sieht mal anders aus, ne? Also, ich würd's eigentlich ganz gerne so lassen, wenn ihr sagt, äh... Ich würd's... Am Anfang hab ich ja gesagt, ich würd's noch umbauen, aber eigentlich sieht's gar nicht so verkehrt aus. Also, ne? So, jetzt... Das Problem ist jetzt hier halt mit dieser Ampelführung. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas ändern kann, einstellen kann. Ähm... Aber nachdem das hier so funktioniert hat, geht das eigentlich recht gut. Hier ist halt mit den Ampeln. Das da... Da... Da kenne ich mich nicht so wirklich aus. Ampeln, Ampel an, ausschalten. Stoppschilder an, aus. Routen, Fußgänger. Ja, gut. Da muss man dann halt noch irgendwie noch ein bisschen reinfuchsen, auch mit diesen... Mit diesen Straßengestaltungen, was es da gibt. Ähm... Kenne ich mich jetzt auch noch nicht so aus. Und hier dürft ihr doch jetzt eigentlich nur noch... Hier fahren Öl-Lkw's lang. Warum ist... Das... Das verstehe ich bis heute noch nicht. Hier sind... Hier sind Lkw's verboten. Verbot für starker Verkehr. Gibt's hier noch irgendwas? Hochhausverbot, Verbot von Verbrennungsmotoren. Äh... Äh... Doch wenn ihr Ziel dort liegt, werden sie sich trotzdem dorthin begeben. Okay. Verbieten sie starke Verkehrsaufkommen in einem Gebiet. Sorgen sie dafür, dass es optionale Routen gibt. Denn die Geschäfte in der Stadt müssen in der Lage sein, Lieferungen zu empfangen und abzuschicken. Schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet, hat keinen Einfluss auf Autobahnen. Okay, also das ist natürlich jetzt nicht so die Richtlinie, die dann sagt, wir dürfen überhaupt keine Lkw's mehr langfahren, wenn ich das sehe. Okay, das heißt eigentlich, wir sind jetzt schon bei einer guten Stunde, würde ich mich dann als nächstes versuchen, in diesem Bereich, beziehungsweise hier unten, der Friedhof, dass man den hier eventuell dann irgendwie mal Räumung beendet. Okay, dass wir uns dann da drum kümmern. Okay, das ist halt jetzt ein bisschen viel Bauerei, Ausprobiererei. Okay, ich bin schon mal zufrieden hiermit, auch wenn es halt natürlich ein bisschen anders aussieht. Man könnte natürlich ein bisschen irgendwie versuchen, noch die Kurven ein bisschen besser reinzusetzen. Aber es wird auf jeden Fall schon mal ein Teil an Lkw-Verkehr, sage ich mal, gesplittet. Und jetzt muss man sich halt darum kümmern, dass hier das hier nicht mehr stattfindet. Auch mit diesen Bushaltestellen muss man alles ein bisschen neu machen. Also, ich glaube, da muss unser Hauptaugenmerk drin liegen. Vielleicht muss man die Verbindung auch einmal kappen, dass dann hier man nur noch reinfahren kann, aber nicht mehr raus vielleicht. Ich weiß es nicht, weil Erzbau, das ist jetzt hier oben. Das wäre vielleicht auch mal eine Option, dass man einfach sagt, hier kann man nur noch rauffahren. Muss ich mir mal im Hinterkopf behalten. Wäre vielleicht noch so zum Abschluss so eine kleine Idee, dass ich sage, hier mache ich eine Einbahnstraße. Die führt aber nur Richtung Kreisverkehr. Und man kann hier gar nicht mehr in den Wohnbezirk sozusagen reinfahren. Okay, das soll es aber gewesen sein. Wir sind schon über eine Stunde drüber. Ich hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht. Ist halt viel Chaos, viel Ausprobieren. Wir haben auch vielleicht das eine oder andere jetzt nicht so optimal gestalten können. Aber ich finde, was das angeht, hier könnte man vielleicht noch eventuell noch ein bisschen optimieren. Muss noch mal gucken. Aber ansonsten hat man den Verkehrsfluss da dort schon ein bisschen minimiert. Und natürlich habe ich eure Kommentare weiter im Hinterkopf, was zum Beispiel die Hafengestaltung angeht, dass wir uns da mehr drum kümmern, was auch die Industriegebiete, Park etc. angeht. Aber ich wollte erst mal jetzt sagen, dass wir das hier, diese ganzen roten Flecken, was da sind, auch mit den Lärmentwicklungen versuchen, ein bisschen entgegenzuwirken. Und vielleicht klappt es ja früher oder später dann auch mal, dass ich und ihr damit zufrieden sind, was wir dann da geschaffen haben. Und ich finde, das ist erst mal so ein kleiner Anfang, der so gar nicht so schlecht funktioniert hat. Auch wenn ich mir da manchmal so ein bisschen mehr Druck mache. Auch gerade, wenn ich so eine vierspurige Ironman-Straße nicht finde, was dann zum Problemchen wird. Ich bedanke mich für die Zuschauer und ich wünsche euch einen schönen Tag morgen Abend. Je nachdem, was ihr hier geschaut, sag bis zum nächsten Mal. Haut rein!